Ich mache für euch ein sexy Video, ich bin noch ein bisschen schüchtern, was das angeht, aber für euch mache ich es doch gerne! So, Musik! Wollt ihr, dass er sich auszieht? Ja oder nein? Wichtig ist, dass man uns versteht. Ich stelle mich auch nächstes Mal so in deinem Video vor. Ich weiß immer nicht, wie ich starten soll. Auch so, hallo liebe Leute, ihr seid nicht lieb, ich weiß, dass ihr nicht liebt seid. Das ist alles nur Kokosnussöl. Kokosnussöl. Jetzt wird es sexistisch. Kokosnussöl. Kann man auch für Sonnenbrand und alles mögliche verwenden oder falls das angeschworen ist. Könnte helfen, weiß ich aber nicht. Ich möchte es jetzt nicht vor der Kamera zeigen. Es gibt Outtakes. Es gibt Outtakes, ja. Danke. Ich habe... Deine Lacher ist toll, okay. Und das Schlimme ist, den zweiten Teil hätte er ja rausgeschnitten aus dem Video. Kann man essen? Wir haben... Super! Und dann Cut. Das ist YouTube. Ja, das ist YouTube. Ja, das ist YouTube. So, und das kann man jetzt hier so essen. Nicht besonders gut. Vergisst, was ich gesagt habe, nicht essen kann man nicht essen. Nein, die Zeit ist schon vorbei. Das geht nicht früher. Ja, die Zeit ist vorbei. Die sind nicht mehr so weit. Nein. Und ich sage einem nur... Breakout-Szenario. Wir drehen einen Breakout. Wir sind also draußen irgendwo in der Natur. Und versuchen einfach nur zu überleben. Es geht ganz schön aus Spannung. Spannung! Hoffentlich, du schätzt dann auch die Videokamerei. Aber kennen wir dich gar nicht. Das ist echt krank. Auch anders. Das ist Backstage. Wie es wirklich war. Das war knapp. Hey! Siehst du? Scheiße, wie geht das? Das war ein bisschen gestellt jetzt, ne? Ja, mein ich doch! Also wir sind jetzt live hier. Und sehen... Sehen wir... Was versucht, damit er es gleich vorstellen kann. Wo ist unter Kontrolle? Das wird ja jetzt mal eine Unterlage für die Hänge. Du hast auch so eine? Ja. Ich habe die für Autos. Ja, die habe ich zuerst gehabt. Wenn wir jetzt das so über unsere Köpfe machen, ne? Denkst du, die Aliens können unsere Gedanken nicht mehr lesen? Fliege geweckt da. Fliege geweckt da. Fliege. Ja. Okay, danke. Fliege geweckt da. Genau, wenn ich Energie brauche, dann brauche ich halt Kokosnutz. Hier. Ach, geht. Ihr habt einen Nöppel gesehen. Das musst du rausschneiden. Scheiße. Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga. Und heute habe ich dabei... Hier ist... Nein, warte. Ich habe heute dabei einen Survival-Pete. Das wollte ich gerade sagen. Scheiße, nochmal. Ich glaube, das Outdoor-Ex-Video wird länger als das richtige Video. Aber es ist immer das Geilte daran. Gut, nochmal. Wir sind Stars, folgt uns hier nicht raus. Genau, wir sind Stars, folgt uns hier nicht raus. Filmst du gerade? Ja, natürlich. Es ist ja unglaublich. Ein Video für sich selbst. Yeah. Yeah. Klickzahl-Base. Klickbait. Klickbait? Bait. Bait. Was führt euch? Führt euch. Fickt euch? Warte mal. Wir haben so gewisse Sprachbarrieren, aber wir kommen... Ja. Führt euch. Führt Gott.